Im Jenseits ist die Hölle los. Von Arthur Pasiiner. Es liest Jürgen von der Lippe. Mein Tod kam für mich völlig überraschend. Es war ein Nachmittag im August. Ich befand mich auf dem Heimweg von meinem Arbeitsplatz der Relation einer Zeitung und ging durch die Kai San Yemenkatu. Meine Stimmung war heiter und ich fühlte mich absolut vital. Ich war damals erst 30 Jahre alt. Kaum je in meinem Leben hatte ich ernsthaft an die Möglichkeit gedacht, dass ich unverhofft sterben könnte, plötzlich und unwiderruflich. Doch genau das geschah. Die Straße war voll fröhlichen, oberflächlichen Lebens. Die Kai San Yemenkatu mit ihren Kaufhäusern und Modegeschäften war eine Flaniermeile für die eitelsten und schönsten Frauen der Stadt. Sonnengebräunte, törichte Geschöpfe, die vor allem darauf aus waren, den Männern zu gefallen. Es machte in der Tat Vergnügen, ihren Gang zu beobachten, ihre Waden und Schenkel zu betrachten. Auf diesem Teil der Straße roch es nicht nach Abgasen, sondern nach Madame Rochard, nach den Parfums von Dior, nach Max Factor. Ich studierte das Straßenleben wohl ein wenig zu intensiv. Ja, ich wich sogar auf die Fahrbahn aus, um so, abseits vom Gedränge, die Beine einer Frau besser betrachten zu können. Ihre straffen Waden hatten meine Aufmerksamkeit erregt. Ich ging schneller, um einen Blick auf ihr Gesicht zu erhaschen. Denn ich bin ein gründlicher Mann. Mich interessieren nicht nur die Beine, sondern auch die Augen. Die Mine, der Gesamteindruck, ist entscheidend. Ich habe das Gesicht jener Frau zu Lebzeiten nicht mehr gesehen. Denn plötzlich überfuhr mich ein Auto, das es nur so krachte. Ich wurde von dem Zusammenprall auf den Bürgersteig geschleudert. Dort schlug ich auf den Steinen auf und blieb hilflos liegen. Der Aufprall tat furchtbar weh. In meinem Kopf knackte es. Und sofort ließ der Schmerz nach. Eine Weile war es ganz schwarz. Dann sah ich, was geschehen war. Mein Körper lag auf dem Bürgersteig, der Verkehr war zum Erliegen gekommen. Die Frau, der ich gefolgt war, hatte die Geräusche des Unfalls gehört und kam neugierig zurück. Jetzt sah ich ihr Gesicht. Es war völlig nichtssagend. Ich begann mich zu ärgern. Wegen dieser Schnäpfe war ein kompletter Mann unters Auto geraten. Der Wagen, der mich überfahren hatte, hielt am Straßenrand. Der Fahrer betastete den verbeulten Kühlergrill. Einer der Scheinwerfer war zersplittert. Der Mann wischte mit dem Taschentuch Blut herunter. Vom Bahnhofsplatz näherte sich eine heulende Ambulanz. Eine Menschentraube umringte meinen Körper. Irgendjemand drehte mich auf den Rücken und hielt mir einen Taschenspiegel vor den Mund. Ein anderer lockerte meine Krawatte. Erschüttert beugte ich mich über mich, um zu sehen, ob der Spiegel beschlug. Die Spiegelfläche blieb klar. Ich sah in meine Augen. Der Blick war leblos, die Pupillen geweitet. Ganz offensichtlich war ich tot. Kurz darauf traf die Ambulanz ein. Die Sanitäter fühlten rasch meinen Puls, schüttelten den Kopf. Sie legten mich auf eine Trage und schoben diese in den Wagen. Alles ohne Eile. Tot war tot. Dann fuhr die Ambulanz davon, um meinen Körper in die Klinik zu bringen. Das Martinson war nicht eingeschaltet. Ich war also tot. Der Gedanke erschien mir unfassbar. Wieso ausgerechnet ich? Ich hatte große Mühe, mich an die Situation zu gewöhnen. Welchen Sinn machte es, auf diese Weise zu sterben? Einfach so aus Versehen. Diese Sinnlosigkeit und die banale Art meines Todes begannen, mich zu ärgern. Wem nutzte dieser Tod? Hätte ich es nicht verdient gehabt, wenigstens noch zehn Jahre zu leben? Dann hätte ich beweisen können, dass ich ein ernstzunehmender Mensch gewesen war und nicht nur ein Tagedieb. Hätte nicht irgendeine unbedeutendere Person an meiner Stelle sterben können, jetzt konnte ich nichts mehr zu Ende bringen. Dabei war ich eigentlich noch gar nicht dazu gekommen, etwas Wichtiges und Spürbares, etwas Bleibendes überhaupt in Angriff zu nehmen. Ich fühlte mich betrogen. Und für ein solches Ende hatte ich nun mehr als dreißig Jahre gelebt. Ich überlegte, was ich jetzt anfangen sollte. Vielleicht war es am klügsten, den Dingen ihren Lauf zu lassen. Ich stand unschlüssig und tief erschüttert auf der Straße und fragte mich, ob irgendein lebender Mensch ahnte, was ich in diesem Moment durchmachte. Doch sofort schalte ich mich für diese törichten Gedanken. Die Lebenden konnten ja gar nichts vom Tod wissen, denn wüssten sie etwas davon, wären sie nicht mehr am Leben. Sollte ich einfach den unterbrochenen Heimweg fortsetzen, so als wäre nichts geschehen, so als wäre ich gar nicht gestorben? Das erschien mir irgendwie logisch. Vor dem Unglück hatte ich zwar beschlossen, in eine kleine Gaststätte auf der Lee-Sankatu einzukehren und ein paar Bier zu trinken, ehe ich zu meiner Frau heimgehen würde. Doch reizte mich jetzt nach meinem plötzlichen Tod der Gaststättenbesuch nicht mehr. Wahrscheinlich wäre das auch eher unpassend gewesen. Man stirbt und geht gleich anschließend in die Kneipe. Davon abgesehen, hatte ich auch überhaupt keinen Durst mehr. Der Wunsch, kühles Bier zu trinken, war anscheinend in meinem toten Körper geblieben, und dieser wurde gerade mit der Ambulanz in die Klinik geschafft. Plötzlich erschrak ich, würde ich meinen Körper überhaupt wiederfinden, wenn ich mich nicht sofort darum kümmerte, wo er verblieb? Sicher war es das Beste, der Ambulanz zu folgen, die in Richtung Hakaniemi davongefahren war. Ich stürzte los und stellte sofort erfreut fest, dass ich mich so schnell wie ein Gedanke bewegen konnte. Im Nu war ich in Hakaniemi am Tierpark und in Alpila, wo ich die gemächlich dahinfahrende Ambulanz einholte. Durch das teilweise sichtgeschützte Fenster sah ich meinen Körper. Der Kopf war von einem Tuch verdeckt. Ich erkannte mich dennoch am Anzug und an der Aktentasche, die auf meinem Bauch lag. Wie ich wusste, trug ich einen hellbraunen Sommeranzug und neue braunen Schuhe, die ich mir zwei Tage zuvor gekauft hatte. Der Kauf erschien mir jetzt überflüssig, denn die Schuhe waren teuer gewesen, und die alten hätten noch gut die letzten beiden Lebenstage überstanden. Aber wie hätte ich das ahnen sollen? Andererseits, bei näherer Betrachtung war ich trotzdem zufrieden, denn so war ich nun nicht nur mit einem gut sitzenden Anzug bekleidet, sondern trug auch nagelneue Schuhe. Zum Glück hatte ich mir außerdem morgens das Haar gewaschen, sodass ich eigentlich ein ziemlich adretter Leichnam war. Die Ambulanz fuhr zur Klinik von Melachti, und mein Körper wurde hineingetragen. Im Behandlungszimmer untersuchte mich rasch der diensthabende Chirurg und stellte meinen Tod fest. Man öffnete meine Aktentasche, sie enthielt nichts Besonderes, ein paar Zeitungen, Notizen für einige Artikel, zwei Bücher, ein Glas mit eingelegten Zwiebeln. Ich habe eingelegte Zwiebeln immer gemocht. Meine Frau kaufte sie nie, sodass ich mir angewöhnt hatte, ab und zu selbst ein Glas mitzubringen. In diesem Moment ertappte ich mich bei dem Gedanken, dass wir, meine Frau und ich, gar nicht viel gemeinsam hatten. Wir hatten ein gemeinsames Bett, eine gemeinsame Adresse, und das war's eigentlich. Obwohl, immerhin. Und nun hatte ich meine Frau also zur Witwe gemacht. Nun war sie mich und meine eingelegten Zwiebeln los. Der Chirurg konstatierte, dass ich an einem Schädelbruch gestorben war. Etwas Ähnliches hatte ich mir schon gedacht, denn in meinem Kopf hatte es mächtig geknackt, als mich das Auto überfahren hatte. Der Arzt drehte mich auf die Seite, und aus meinem Mund floss ein wenig Blut auf die Trage. Kein sehr angenehmer Anblick. Dann wurde mein Portemonnaie untersucht. Es war mir peinlich, zusehen zu müssen, wie mein Geld gezählt wurde, denn es war nur wenig, knapp fünf Euro. Ich war in jeder Hinsicht ein unbedeutender Leichnam. Hätte ich gewusst, dass ich gerade heute unter ein Auto gerate, hätte ich gleich morgens bei der Zeitung gekündigt und mir mein Gehalt auszahlen lassen. Das Geld hätte ich in mein Portemonnaie gesteckt, sodass ich zumindest kein Bettel armer Leichnam gewesen wäre. Vielleicht hätte sich der Portier oder der Arzt im Krankenhaus ein paar Hunderter stibitzt. Derartiges war in Finnland bereits vorgekommen. Pathologen hatten den Toten Ringe, Uhren, Goldzähne gestohlen. Schließlich war Leichenfledderei insofern eine gut kalkulierbare und sichere Angelegenheit, als das Opfer den Täter niemals anzeigte. Im Büro füllte die Sekretärin ein Formular aus. Meine persönlichen Daten entnahm sie meinem Pass. Ich beugte mich dabei über ihre Schulter und las mit. Nicht einmal sterben konnte man, ohne dass sofort diverse Formulare ausgefüllt wurden.